Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faktorio hier auf Stigem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie wir sehen haben wir hier ein akutes Elektro-Problem in unserer Fabrik. Also ja, das heißt unsere ganzen Dampfmaschinen erzeugen nicht genügend Strom, um über die Nacht zu kommen. Das ist sehr, 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 sehr schade. Und da müssen wir nochmal hart dran arbeiten. So, was fehlt dir denn eigentlich? Die Fenixinmaplates nämlich an, damit du hier weitermachen kannst. Und wie ihr seht, meine Idee mit dem ganzen Krempel, den ich hier habe, die lebt hier wirklich. Das habe ich jetzt hier wirklich kurz mal aufgebaut, um einfach mal so ein paar Dinge... Und mal Drop Position ist die, das passt, okay. Dann kann ich hier sagen, ich möchte gerne Stahlträger aus dem Material haben. Dann müssen hier Stahlträger rein entstehen. So, dann können wir hier noch ein bisschen Brass reinpacken. Muss hier noch ein Brass mit rein? Nein. Das ist die einzige Stelle, wo Brass rein muss. Und hier Stahlträger rein müssen. Das heißt, wir machen dann hier nochmal eine kleine Kiste. Haben wir hier noch eine kleine Kiste irgendwo? Da haben wir doch keine Kisten. So, und dann nehmen wir mal einen kleinen Stahlreinleger. Und legen hier die Stahlbänder rein. Und dann sollte hier jetzt eigentlich so nach und nach immer mal wieder so eine Forschungsflasche dabei rauskommen. 16 Stück haben wir schon. Gucken wir einfach mal, wie viel da nachher am Ende rauskommt. Gut. Das wollte ich jetzt erstmal... Achso, Inva wollte ich noch besorgen. Inva, Inva, Inva. Äh, da kann ich hier nicht durchlaufen hier. Da auch nicht. Mann. So. Ähm, Inva, Inva, Inva haben wir hier. Da nehmen wir mal noch ein bisschen was mit von. Das müssen wir da oben noch ein bisschen reinsortieren. Damit hier die Fabrik noch ein bisschen mit Inva arbeiten kann. So. Geht auch von hier so an die, die die Maschen bauen. Achso, warte mal. Dann muss ich den Inva doch da reinpacken. Nee. 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 Mann. Schwierig. So. Gut. Dann haben wir es erstmal ganz gut verteilt. Dann könnte jetzt hier erstmal ein bisschen Schrott entstehen. Und aus dem Schrott entsteht dann wieder ein bisschen was anderes. Das heißt, müssen wir natürlich dann noch... Die Erze müssen wir natürlich dann irgendwann mal entsorgen. Massiv entsorgen. Dann wollen wir erstmal so eine Kiste hin. Das ist egal, ob die blinkt oder nicht. Aber da passt das noch ein bisschen mehr rein. So. Gut. Wir könnten uns dann natürlich auch eine Breastkiste machen. Kiste, Kiste, Kiste. Breastkiste. Das wieder nach rein. Das hier wieder borstig hier. So. So. Börstkiste. Rauf da. So. Da geht nämlich noch mehr rein. So. Dann kann sich der hier erstmal ein bisschen Schrott drin sammeln. Ähm. Den Schrott müssen wir hier irgendwie rüberbringen, ne? So. Damit das hier entsorgt wird. Und der andere Schrott, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo ich den hingebracht habe. Da unten haben wir auch noch Schrott drinne. Hm. Naja. Gut. Okay. Es wird sich schon verteilen. Irgendwann brauchen wir Kohle noch nach. Ja. Da brauchen wir demnächst sogar welche nach. Dann müssen wir ganz kurz hier hochgucken. Und uns einfach mal ein bisschen Kohle hier rausholen. Da haben wir ja ein bisschen was gelagert noch. Legen wir noch ein bisschen Kohle nach. Damit hier noch ein bisschen was passieren kann. Ein bisschen was produziert wird. Und dann sehen wir schon. Na ja. Oh Gott. Es geht doch. Es geht doch. Also wir haben ja alles eigentlich irgendwie schon mal richtig gemacht, ne? Also so ist es nicht. Wir haben es halt eben bloß nicht dauerhaft richtig, äh, ja, hingebekommen. Was ist das hier für eine Kiste? Kann weg. So. Dann gib mal hier das ganze Zeug. Theoretisch brauchen wir das doch hier alles gar nicht mehr, ne? Diese Carbon-Produktion ist komplett abgeschnitten, ne? So, warte mal. Kiste. 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 Dann lasst die mal erstmal in Kisten produzieren hier. Dann liegt hier ein bisschen Kohle rum. Kann ich mir immer mal wieder ein bisschen Kohle holen, wenn ich mal welche brauche. Kann ja sein, dass ich mal was schwarzmalen will oder so. Ähm, immer die schwarzmalerei. So, das funktioniert schon mal. So, jetzt brauchen wir hier noch ein paar braune Platinkas wieder. So, legen wir ein paar rein hier und dann haben wir hier noch ein paar, die wir da reinlegen können. So, das sollte Forschungslöschchen erst mal ein paar Stück bringen. Alles klar. Alles klar. So, und unsere Taschen sind auch ein bisschen leerer. reinlegen. Genau so, wie ich da diese ganzen Alien-Artefakte reinlegen kann. Ähm, bisschen was von Straße haben wir noch, das ist schon so ganz gut. Alles klar. So, wir haben ein Stromproblem, das müssen wir dann noch irgendwie lösen. Ähm, wie wir sehen, also die Energie geht hier zwar rein, also wir haben Akkumulatorenprobleme eigentlich. Also eigentlich haben wir zu wenig Akkumulatoren. Habe ich hier nicht schon mit Akkumulatoren gemacht? Akkumulatoren, High-Kapazität, MK2. Habe ich noch ein paar. Kann ich da schon mal setzen, noch ein paar. Ist nicht hier unten ja schon, nee, wollen wir da oben stehen welche, ne? High-Kapazität, Akkumulatoren. Ach, das ist ja noch nicht mal MK2. Wo ist ein MK2? Wieso habe ich denn, ich habe schon MK2 gemacht, okay. Hier einer. Eieieiei. So, MK2-Akkumulatoren, also der normale High-Kapazität kann 600 Kilowattstunden, und der kann 900 Kilowattstunden zwischen speichern. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Wann habe ich denn damit angefangen, die zu bauen? Das finde ich ja gut. Die Standard-Akkumulatoren. Brauche ich denn für den Standard-Akkumulator den High-Kapazität, also für den High-Kapazität einen Standard-Akkumulator? Warte mal, was ist denn hier für ein Rezept drin? High-Kapazität-Akkumulator. Boah. Okay. Wieso habe ich denn schon MK2s gemacht? Brauche ich die da auch nochmal rein? Aber habe ich, wir werden jetzt die Nacht sowieso wieder nicht. Und ich komme hier mit unserem Strom, weil, wie ihr seht, das zieht sich richtig raus. Das saugt mal richtig an der Leitung. Wir haben 582, also alleine 80 Megawatt oder nicht hierfür. Wie schlecht war nochmal, ich muss mal ganz kurz gucken. Habe ich da unten jetzt nur ein Kohlenproblem oder habe ich da... Im Schnitt 800 Kohlen quasi. Also ich habe hier wirklich kein... Ich habe eher ein Anzahlproblem als ein Energie-Vorrats-Problem. Na ja, gut, okay. Dann ist das nochmal so. Ich bau die jetzt hier einfach mal dran. Wohl wissentlich, dass das falsch ist. Also wohl wissentlich, dass ich dann hier irgendwann, wenn ich das wieder abreißen muss, Ich mich wundere, warum hier denn unterschiedliche Ausbaustufen stehen. Aber ich will jetzt erstmal für den nächsten Tag ein paar mehr Akkumulatoren da haben, dass wir mehr als 10,1 Gigawatt haben. 10,1 Kilo Megajoule oder was da drin steckt hier. Joule? 10,1 Gigajoule. Und ich glaube, jetzt schwankt es schon und jetzt geht es natürlich los. Aber wenn die Dinger hier natürlich reinziehen, also wenn die ganzen Akkumulatoren jetzt hier durchkommen und Strom aufnehmen, natürlich von den Solarenergie-Werken, die jetzt so langsam kommen, guckt euch mal an, wo das hingeht. Wo die Reise hingeht. Also wenn alle gleichzeitig jetzt hier richtig den Strom sich aufsaugen. Ja, da sind wir schon bei Gigawatt. Alles klar. Und das alles nur mit so einer kleinen Fabrik, die noch nicht mal richtig läuft. Na ja, gut. Da haben wir noch Bedarf. Apropos, wenn wir da noch Bedarf haben an Solarenergie, dann könnt ihr euch doch mal gucken, wie viele Solarenergiefelder ich schon wieder gebaut habe. Weil das habe ich ja auch im Auftrag gehabt. Mann, ich wollte eigentlich Sand ins Meer schmeißen. Aber na ja. Jetzt gucken wir mal hier. Wie haben wir denn hier? 100 Stück. Und was fehlt es dir? Ah, an Chipserot. Oh, okay. Ah, an Chipserot. Warte mal, da gehe ich jetzt mal ganz kurz. Da bin ich jetzt frech. Da gehe ich hier ganz unten an unsere Fabrikation. Hier, die steht sowieso. Wer weiß warum. Wegen dem hier. Das steht, weil das keine Invalplatten mehr hat. Warte mal, da müssen wir noch mal Invalplatten hinbringen. Wie haben wir denn schon gemacht? 128. Ist jetzt auch nicht so viel. Aber da werden wir noch ein paar rote Chips hier oben erstmal in die Kiste legen. Damit ihr noch weitermachen kann. Uiuiuiuiui. Da hat die Schrauben nicht rausgelegt aus dem Arm. Das ist sehr, 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 sehr kritisch. So. Und ihr seid alle noch immer am Aufladen. Ja. Wir haben sie jetzt. Jetzt haben sie die 10 Gigajoule, 11 Gigajoule. Naja, 2, 3 Gigajoule haben wir mehr geschafft jetzt durch unsere Akkumulatoren. Das heißt, wir müssen auch die Akkumulatoren irgendwann mal automatisch produzieren lassen und so. Das ist alles ein bisschen besser funktioniert. Naja. Man kennt es. So, dann werden wir hier erstmal noch weiter austauschen. Äh, so. Da muss man ja mal austauschen, 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 austauschen. Geht bis da oben? Geht's nicht hin. Hier geht's plus 2. Okay. Na gut, dann ist das halt plus 2. Das mochte ja nix. So, jetzt sind sie eh schon wieder alle. So. Aber wir würden jetzt ein bisschen mehr von Solarpanel MK2 haben, die noch nicht voll an der Kapazitätsgrenze sind. Und warum eigentlich nicht? Wenn ich gebrauche anscheinend gerade. Aber hier geht noch ordentlich Energie raus. Weißt du, das hört sich aber auch immer an, dieses Umspannwerk. Das macht aber einen Terror. Gar nicht mal so schön für die Warn. So. Und dann können wir die nochmal weiter abgeben. Unten in der Produktion für MK2, damit da ein bisschen mehr rauskommt. So einfach ist das erstmal. Zumindest gedacht. Ei, ei, ei. Ein Stromproblem. Naja, da wird noch ein bisschen mehr kommen, weil es ist nur ein Stromproblem. Aber das haben wir später dann. Oder das lösen wir noch später. So, das geht mir denn hier mit rein. Was sieht hier denn jetzt schön aus? Da sieht ja Glas. Das soll das nicht. So. Bitteschön, da gibt es auch noch ein bisschen Glas. Gut, unten müssen wir wieder ein bisschen Inva nachpacken, habe ich gesehen. Dann machen wir das mal gleich auch noch fertig. Holen wir uns noch ein bisschen Inva. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Material für den Rest hier. So, hier kriege ich jetzt wahrscheinlich gar kein Inva mehr rein, weil alles war mit Stahl. Dachte ich mir fast, dass das so verrückt ist hier. Ähm... 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 Gut, dann packen wir da oben noch ein bisschen was rein. Was soll da loswerden, den Scheiß hier? Naja, gut. Warte mal, Stahlplatte. Ne, weil nur hier kann ich los. Aber... Ähm... Stahlplatte kann ich hier oben noch loswerden, ne? Und natürlich hier im Ausgang kann eben ein bisschen Stahlplatte loswerden. Ach, das trifft sich hier günstig. Nur da nicht. Ähm... Man, verbraucht doch mal was, Herr Einer. Ja, furchterregend. Das ist ja furchterregend. Was ist denn den Scheiß los, wenn ich aus den Taschen? 13, oh... Schwierig. Ganz so schwierig. Da sind noch 900 um drin. Ähm... Ähm... Dann fliegt das jetzt da unten rein. Ich hole aber noch mal Sand. So. Hier, bitteschön. Stahl, kannst du haben. Kannst auch haben. Brauche ich jetzt gerade nicht. Das brauche ich gerade auch nicht. Das brauche ich gerade auch nicht. So. Achso, die Dinger muss ich noch loswerden. Katalysatoren könnte ich auch irgendwo reinhauen. Naja. So. Gib mir mal noch ein bisschen Sand mit. Hm? Boah, die Kiste leer? Ach so. Mehr mehr Sand mit. So. Nein, wir müssen unbedingt Sand noch ins Meer schmeißen. Das ist eigentlich die Aufgabe gewesen, die ich heute in dieser Folge machen wollte. Ich wollte euch gut zeigen, dass ich da jetzt mit den Forschungsflächen weitermache. Dann habe ich gesehen, dass ich ein Stromproblem habe. Das habe ich am Ende der letzten Folge noch mitgekriegt. Wo ich dann so dachte, so, oh ha. Oh ha, oh ha, oh ha, oh ha. Da müssen wir aber ganz schnell ran. Und ja, jetzt werden wir wahrscheinlich immer mal wieder so einen Spike sehen bei der Stromherstellung, dass die nicht ausreicht. Ne, dass wir da immer mal wieder ins Hintertreffen geraten. Aber das will ich jetzt erstmal nicht überbewerten. Oder sagen wir mal so, ich möchte das wirklich nicht überbewerten. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier Sand nehmen und das in der maximalsten Form, wie es geht. So, und dann werden wir hier erstmal Sand anhäufeln. Das ist auch noch die falsche Ausrichtung. So, also wenn schon, denn schon, ne? So, und dann gehen wir hier erstmal ein bisschen hoch. Mal gucken, wo hier denn der Anschluss ist. Aber wir wollen da ja, eigentlich will ich den quer rüberlaufen noch ein paar Mal öfter. Also ich muss zwei tiefer den Ansätzen da hinten gleich. Aber jetzt machen wir erstmal das hier voll. Ne. So, machen wir erstmal das hier voll. Das Carré und dann geht es dann weiter, dass wir hier dann in der vollen Quere quasi da oben, ich hoffe, dass ich zwei Bahnen durchkriege, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Mit Sand. Damit wir dann schon auch noch weiter ausbauen, weil für unsere Militärfläschensproduktion und so, da müssen wir dann auch Platz schaffen oder lassen, dass wir dann noch ein bisschen mehr dazwischen kriegen, was wir da vielleicht noch bauen müssen können oder sollten. Da müssen wir mal gucken. Dass wir das noch alles sauber da oben hinkriegen. So, jetzt müssen wir natürlich noch so laufen, dass wir da unten auch alles volllagern mit. So, dann sollte das jetzt eigentlich hier, wenn ich jetzt einmal quer rum durchlaufe, einmal gerade werden, wenn nicht allzu viele bösen Monster jetzt dann wirklich liegen und ich da wieder irgendwo im Kreis renne. Aber das könnte natürlich immer wieder vorkommen. Wir versuchen zumindest das mal das Beste so. Dann ist unten der Schreifennetze dann irgendwo mit dem Roboter nochmal fertig. Was mich dann zu dem nächsten bringt, dass ich dann da Steine überall hinpacken muss. Ich glaube, da werde ich ein paar Kisten verteilen, da werde ich dann überall Steinkisten machen und die Roboter... Also das ist... Ich weiß nicht, ob ich schon die Roboter komplett vollautonom herstellen kann. Das wäre eigentlich auch cool, wenn wir das schon reinkriegen würden. Theoretisch müsste ich die MK2... Jetzt gucken wir mal nach. Moment. Wir... Take a look. Wir take a look. Wir take a look. MK2 Roboter... Ähm... Bauroboter. MK2. Batterien brauche ich. Äh... Das kriege ich aber hin. Die Batterien kann ich machen. Die... Hab ich... Wo sind denn die Einzelteile dazu? Von den Robotern. Äh... Hier. Äh... Für MK2 brauche ich Transistoren kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Stahl haben wir. Res haben wir. Aluminium haben wir. Äh... Steel Bearrings braucht noch kein Schmiermittel, wenn ich richtig bin. Aber wenn nicht, haben wir das auch. So und hier. Das wird es das Einzige, was interessant ist. Da brauchen wir dann halt den Elektromotor vorher noch. Den wir bauen müssen. Ähm... Flying Robot Frame MK2. Flugrohrer der Gestelle. Wir brauchen ja beides. Wir haben das erste Flugrohrer der Gestelle. Dann das zweite und so. Das ist gar nicht so einfach. Aber das müssen wir... Das kriegen wir hin. Dann können wir dann... Oh Mann. Oh nee. Wir wollen immer mehr bauen. Immer mehr bauen. Aber... Weil die müssen wir auch nie zurückführen. Weil da können wir jetzt wirklich einfach irgendwo eine Stelle mal nehmen. Und sagen, okay, dann bauen wir das dahinter dahin. Äh... Müssen bloß die Förderbänder durchkriegen. Mit den ganzen Materialien. Batterien braucht Kunststoff und... Ähm... Blei. Dann brauchen wir... Wenn wir das durch haben... Die Elektromotoren... Ah, da muss ich Schmiermittel haben. Weil ich muss ja die Standardmotoren bauen. Und die Elektromotoren ist dann mit Schmiermittel. Das müssen wir da oben auch irgendwo Schmiermittel mal herstellen können. Oder wir müssen unten Schmiermittel dauerhaft herstellen. Und das dann da hinbringen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Aber es müsste gehen. Also wir sollten... Das sollte möglich sein. Und dass wir dann unsere Flotte der Roboter, der Flugroboter auf... Mehrere tausend anheben können hier. Damit dann, äh... Wenn ich jetzt hier irgendwas anbauen will. Ich wirklich bloß noch sagen muss. Hier, baut mal. Und dann fliegen da gleich... Keine Ahnung... Zwanzigtausend Roboter los. Nicht zwanzig nicht. Aber so vier, fünftausend. Die dann gleich losfliegen. Und die dann auch wirklich... Mal ein paar Quadratmeter weg schaffen hier. Ne? Damit ich hier nicht immer die ganze Zeit hoch und runterlaufen muss. Mit so viel Sand. Das muss... Also das ist ein großes Ziel von mir eigentlich. Dass ich das umsetzen kann. Dann sagen kann der ja kommen. Ich kümmere mich um den anderen Rest. Roboter, baut mal da Sand hin. Oder macht da mal Sand hin. Wie zum Beispiel hier hinten runter. Dann wollte ich ja nicht alles über die Roboter machen lassen. Mit Sand. Ich denke mal unsere Sandproduktion kommt dann irgendwann mal nicht mehr hinterher. Das würde dann nachher das nicht größere Problem sein. Aber... Das sehe ich dann erstmal in zweiter Garnitur. Nicht in erster. Also da muss ich ehrlich sagen... Das stört mich dann erstmal nicht. Ach, jetzt nehme ich hier gleich wieder die ganzen Dings auf, ne? Das kann nicht wie viel tausend Sand das jetzt hier kostet. Da einmal hier quer durchlaufen. Wie gut aus. Warte mal, hier liegt Sand in der falschen Ausrichtung. Das mögen wir nicht. So. Dann haben wir hier jetzt in lauter Forschungs... Oh Gott, oh Gott. Habe ich gerade Angst gehabt, dass die denn aufstehen. Wenn ich hier die Forschungsdinger aufsammel. Aber nee, machen wir ja nicht. So. Und wie man sieht hier einmal querlaufen, dann ist hier das halbe Inventar halt weg. Das ist dann leer. So. So. So, weiter geht's dann in die Richtung wieder zurück. Und dann hoffen wir, dass wir dann einmal alles fertig... Also, dann haben wir schon mal wieder selber 90.000 Erde fast. Ne, warte mal. Ich habe 48.000 eingepackt. Also viel Erde war es gar nicht. Oder Sand habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Aber dann sind wir auf jeden Fall schon wieder auch auf der Höhe oder bald auf der Höhe, dass wir dann sagen können, oh, da müssen wir mal mit dem Straßennetz noch aufpassen. Beziehungsweise mit dem Roboter-Hangar. Das heißt, wir müssen auch Roboter-Hangari demnächst irgendwann mal hinkriegen, dass wir die vollautomatisch bauen. Da brauchen wir aber auch Inva-Plates zu. Das ist dann wieder das nächste, was da kommt. Also dann, also Inva und, ähm, was wollte ich dann noch machen? Inva und irgendwas wollte ich dann noch machen, dann in der Produktionskette. Mit dem Stahl, Nickel, ähm, ach, Kobalt wollte ich dann noch da anschließen. Genau, also das ist dann das, was wir dann alles brauchen. Ah, oh Gott, oh Gott, so viel zu bauen. Noch echt richtig viel zu machen hier. Aber, das soll uns ja nicht abschrecken. Gut, also ich werde jetzt hier die Bauern noch durchlaufen bis zum Ende hin. Dann ist die Folge zu Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob mir noch irgendwas Sinnvolles einfällt, was ich dann erzählen kann in der Zeit. Falls, ja, könnte da dranbleiben. Falls, nein, hm. Gut, da bis zum Schluss vor. Oder so. Ähm, vielleicht erzähle ich da noch irgendwas. Aber, ich meine mal, erstens, wenn wir hier den Sand erstmal hingelegt haben, werde ich nochmal runtergehen, nochmal Sand holen. Dann nochmal diese Tour machen. Einmal hin, einmal her. Äh, dann werde ich mal unten gucken, ob wir Materialien zusammen sammeln. Während das, ähm, das werde ich wahrscheinlich vorher machen. Ich würde mit Materialien zusammen sammeln, werde sagen, ich produziere jetzt, ähm, wie wild die, ähm, die, ähm, Dings hier, die, die Masten, also die Roboterhangare. So, dass ich da nochmal so 30 Stück oder sowas von mache, dass ich so viel Material zusammenkriege. Weiß ich nicht, wo ich da überall hin muss, also wo ich dann über Stahlmopsen muss oder sonst irgendwas dergleichen. Kann natürlich sein, dass ich dann, äh, ja, irgendein Material nicht mehr habe. Aber ich könnte ja hinten an unsere Kisten gehen, die, wo die automatisch hinbeslogen sind, ne. Da müsste ja genügend sein eigentlich auch am Material, was man braucht für diesen Roboterhang, ne. Ähm, ich denke mal, dass... Das ist dann so eine Stahlgeschichte, dass ich dann nicht genügend von in der Tasche mit mir rumtransportieren kann. Alles von, von dem ganzen Zeug. Müssen wir uns mal aufschreiben oder werde ich mir nochmal aufschreiben, was ich da alles brauche. Das werden wir dann alles besorgen in der Natur und dann werden wir das haben. Und dann werden wir, wenn wir das, die Dinger dann bauen, während wir das bauen, würde ich sagen, sammeln wir unser Material nochmal, also unser komplettes Instrumentar nochmal mit Sand voll, dass wir dann hier oben nochmal ein paar Runden drehen können. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz ins Instrumentar. Wie viel haben wir denn noch? Naja, doch. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, wir... Ich hätte fast erwartet, dass wir das nicht schaffen, bis zum Schluss durchzuhalten. So können wir hier noch ein bisschen weiterlaufen, bis der Sand alle ist. Vielleicht aber auch einfach dann nach unten schon den Anschluss suchen, dass wir dann hier die Ecke abgrenzen und dann können wir das mehr ausdrucken. Das wäre natürlich auch gut, wenn jetzt so einfach, wie bei... Da gab es ja auch so ein Spiel, wo man in Flächen immer einkreisen muss und dann die kleinere Fläche oder sowas, die gehört da einem dann. Irgendwie sowas. Merkwürdiges. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Na, guck mal, da haben wir sogar schon bis dahin, sollten sogar unsere Roboter kommen. Ach, sind wir wieder ein bisschen zu weit hinten? Ne, gut, okay. Das passiert. Gut, hier hinten, wenn die Roboter nichts machen, weil wir hier noch gar nicht das Netz so weit ausgebaut haben, ne, mit den Hangaren, ja. Da haben wir den Salat schon wieder. War einfach noch nicht zukunftssicher genug, sind hier überall. Da ist noch sehr viel Arbeit zu tun. Sehr viel Überzeugungsarbeit auch, glaube ich. Na ja, gut. Also, wir haben jetzt bald hier unseren Sand hoffentlich gleich weggepappt. Ah ja, das passiert nicht, okay. Da habe ich mir gerade Angst gehabt, dass ich denn die Steine aufnehme, aber das tue ich nicht. Das ist hier quasi unsere Elektro-Bereich momentan und wo wir den wahrscheinlich wirklich verlagern werden. Also, das werde ich wirklich nochmal alles abreißen und woanders hinbauen. Da bin ich jetzt eigentlich schon ganz fest von überzeugt, dass das anders gar nicht möglich ist, um das richtig sauber zu managen. Damit wir dann hier oben den Bauplatz gewinnen dafür, für Holzproduktion und, und, und. Und wir dann aber die Energieproduktion hinten bei den Russen haben, bei den Members haben, an den Stellen, wo wir sowieso nichts großartig langlegen. Und wenn wir da mal was langlegen müssen, ja, dann haben wir da Pech gehabt. Aber sollte jetzt ja eigentlich, also wenn wir jetzt mal davon ausgeht, wir brauchen noch ein Material, zwei Material, drei, warte mal, wir gehen nochmal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, zehn Bänder geht immer rein in so ein Käse. Also würde ich sagen, wenn wir das bis hier oben haben, wenn wir hier 20 Bänder sind, zehn Materialien, die wir noch durchgeben können, mindestens. Und ich glaube, viel mehr kommt auch nicht mehr. Das ist hier zu Ihnen, das ist Kobalt, es ist Gold, es ist Silber. Und dann kommt noch ein paar Flüssigkeiten, ich weiß gar nicht, was es noch für ein Metall mir denn da fehlen könnte. Gucken wir hier einfach mal die Liste runter, was haben wir denn hier alles Schönes? Also Zinkplates, weiß ich nicht, ob wir die irgendwo anders brauchen, da muss man gucken, Verwendung, das ist dann Stahl, das haben wir. Inverplates sind schon drin, achso, na gut, wir könnten hier noch Soldern, na Soldern haben wir ja schon. Mitrol, das weiß ich noch nicht, wozu man das braucht, Kobalt, Steelplates kommen noch, Tinplates haben wir schon, Steine legen wir nicht aufs Förderband, die machen wir vor Ort. Silberplatten kommen dann noch, Silicon haben wir schon, Nickelplatten kommen dann noch, Manganplatten, weiß ich nicht, wo wir das brauchen, Lead haben wir schon und dann haben wir hier oben wirklich bloß noch Gold. Fieberglas, okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das herstellen. Das brauchen wir ja dann auch für die Prozessorenherstellung, beziehungsweise für ein zweiter, ich glaube sogar für die Prozessoren. Chrom kommt noch, weiß ich nicht, ob wir es brauchen irgendwo bei der Herstellung. Da können wir ja mal hier gucken, wozu brauche ich Chrom, Chromeplate, Verwendung, Advanced Prozessor Unit, also da brauchen wir es schon. Also nach dem Prozessor brauchen wir auch Chrom, das kommt dann auch da hinten hin und da brauchen wir natürlich die ganzen Säuren und, 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 was da alles kommt. Aber das haben wir noch lange nicht erforscht. Alles klar, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir jetzt hier oben noch wieder ausbauen. Wir werden das weiterhin verfolgen, also ich werde das hier zukippen, ich werde dann hier oben weiter ausbauen, wir werden hier noch weiter runterbauen, kein Problem alles. Ähm, aber wichtig ist, dass wir dann hier oben noch weiterkommen, damit wir nämlich hier in dem Bus quasi, das sieht man aber schon, dass wir auf den letzten Rest unterwegs sind, das finde ich schon mal gut, dass wir hier, ähm, ja, alle möglichen kleinen Maschinen, die will ich jetzt wirklich, das mache ich hier rein. Und dass wir dann bis hier hinten eventuell vielleicht sogar die Roboter noch hinkriegen, dass wir die Roboter dort auch dann voll produzieren können. Alles klar, das wird es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.